Willkommen Reisende, wir befinden uns zurück auf der Welt von SpacePunks. Erst wenn wir die beiden Missionen machen, noch ein paar Ressourcen zu sammeln, um dann einen Gegenstand herzustellen. Vielleicht finden wir sogar noch bessere Rüstung, noch mal erst die untere. Aber noch lieber erst die oberen. Die ist etwas leichter, wir sind erst vor Level 13, insgesamt Level 4. Das war wieder warten, bestimmt wieder mit anderen Spielern zusammen. Ah, startet. Ah, startet. Ich brauche Sie, um die Power-Supply zu entfernen. bis jetzt noch gar keine gut aus der küsten er hat auch schon diese geile wenn wir wohl gegen eine stärkere axt wenn tauschen wir müssen noch oben bei im Oh wow Don't be bashful Hmm Crap Hmm Move Oh, we love us Five more Pity to the schwitz No, ha true fieler I see you so der zweite generator und zerstört sondern auch den dritten ganz unten wahrscheinlich ja 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 Das war's für heute. die mission ist nur nur alle drei entkommen hier nicht auch nicht auf was aber ein war doch weiter oben da das war nur eine kiste das war das war das war das war hab's gefunden das hätten wir geschafft wir gucken uns jetzt mal direkt die nächste mission an hier wird man bestimmt auch wieder weiter zu dritt machen wieder auf spiel erwarten was gut ist aber auch im store das ist wieder gesperrt wieder zu dritt die konsole aber direkt los hier So, oh, so ein paar Da lang. sind zu weit gelaufen ja 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 Oh. Jetzt müssen wir auf den dritten warten, äh, er muss eine Batterie holen. Ah. Der dritte will wohl nicht. Die Batterien müssen viel Kraft haben, um die Grinder zu kommen, wo sie gehen müssen. Follow the signals I have set. When is it my turn to drive? Keep your distance. Oh. 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 Das war's. Erstmal gucken gehen, aber da sind noch welche, so, dass ich wieder aufnehmen. Das war ganz schön. Oh, vielleicht der nächste. Das war ganz schön. Da sind viele. Ich muss hin nach oben, nach unten. Oh, da ist wieder einer. Oh, das war ganz schön. Weit weg. Na jetzt aber. Nein, ich hab die Batterie verloren. Ach nee. Muss ja hier irgendwo sein. Ach, und wo kam ich denn? Oh, ich hab die wohl weiter hinten verloren. Oh. 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 Wieder fallen lassen. Ich meine, wissen wir jetzt schon, wo wir hin müssen. Boah, was ist jetzt? Okay. Ich liebe Bräume. Alles funktioniert. Jetzt. Lass uns nach Hause gehen. Alle Maschinen sind mehr funktional. Wir haben eine hohe Verbreitung. Es ist besser die Extraction-Videe, bevor wir alle mit Leitungen getroffen werden. Alter. Super verlorp. Jetzt noch mal testen. Du kannst dasindo. Ich werde es schnell Schweren zurückziehen. Ich werde es schweren damit. Ich werde es schwenken als wir, wenn es schweren. Ich werde es. Es gibt es, Leute. Ich werde es hier. Ich werde es aber nicht zuschalte. Ich werde es hier. Ich werde es nicht hinterher hin. Ich werde es hier. Ich komme zu dir in Böden. und ganz schön schwierig gewesen die mission und auf einmal muss man so aufgetaucht das mal sehen dass wir diesmal drei in dieselbe richtung laufen aber man muss halt drei batterien aktivieren aber es das bild ist auch nicht zugemüllt mit irgendwelchen tasten und nationen oder arten oder interface oder so ist schön schlicht gehalten man sieht nur seine figur aber wichtige daten hilfreich werden noch eine map also nicht nur die kleine mini map sondern hatte die man mal überblicken kann hat jetzt aber nur zu zweit wie sollen das gehen so aber wir sind auch ganz anders gestartet jetzt geht es aber hier schon wieder weil die batterien die man aufweilen lassen jetzt geht es aber hier ab noch ein paar mehr natürlich die batterie wieder fallen lassen und sie ist weg frag mich wie ich so medikit benutzen kann man hat die eigentlich auf level viel so eine karte wäre echt hilfreich die 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 Okay. wir brauchen echt so eine energiewaffe auch wieder so ein boss monster ja gut okay drei harder – – – – – – – – Das war's für heute. Spannend gemacht. Zum entkommen brauchen natürlich alle rot auf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, jetzt haben wir auch so eine Energiewaffe. Das war cool. Dann werden wir die erstmal direkt anlegen, die Energiewaffe. Und dass der Ladebültcher ein Bild ist, was von links nach rechts geht, ist auch interessant. So, die Mission abgeben. Belohnung. Was? Get a job, SMS been activated. Okay. Ist das so witzig. Ist das wie eine Granate oder so? Was? Ah, ja, wir müssen noch so ein Ausrüstungsteil herstellen. Erstmal brauchen wir unsere Waffe. Müssten ja dieselben sein. Team Buster, Team Buster, L2, L2. Oh, hier haben wir auch was Neues. Und hier geht's. Spiel kritikal. Multiplayer oder mehr Schaden. Hier gehen wir wohl mehr Schaden. Was war das? Okay. Cool, das zeigt uns jetzt gar nicht mehr an. Wohooo! Hm, wird's an. Aber wie können wir's an? Wir haben gar kein Medikid. Okay. Okay. Ah, cool. So, jetzt müssen wir noch die Aufgabe hier unten uns etwas herstellen. Ja, es war alles so. Eine Waffe haben wir jetzt ja. Und die sind alle nur 16. Das sind... Starkampfwaffen vielleicht. 16. Oder lieber ein Schild. Auch der kostet 315 Münzen. Oh, schön. nur. Oh Gott, die sind ja schon teuer. Ja. Oh, dann könnten wir uns... ganz schön. Die Bonus Hinsicht sind. Guck mal kurz, wie uns was ist. Dann können wir uns das wohl holen. 36. Api-Bonus 61. hat man da nicht auch ein krumm und ich war ja klar immer noch nicht es war ich den laufen 68 besser wir können nur herstellen eine stellen wir uns unsere axis 13 16 das nach vorne glitschen ist natürlich auch cool ach die können uns gar nicht weist wenn wir uns die halt auch nach der nächsten mission holen machen wir jetzt erst noch eine mission dann müssten wir noch zusammen haben wir haben jetzt die energiewaffe hier dann machen wir als nächstes die mission gucken dass wir noch ein bisschen offen zu leveln schiene mission machen wir sind ja sehr abwechslungsreich momentan noch und dann bedanke ich mich erstmal fürs zusehen und planeten spacepunks bis zum nächsten mal und hier nicht vergessen dann dann Untertitelung des ZDF, 2020